Willkommen zurück, schön dass ihr mit dabei seid. Wir haben ja beim letzten Mal so ein schönes Laserschwert bekommen. Bin mal gespannt, was wir jetzt noch so alles erhalten. Mal ganz kurz gucken, wie jetzt hier die Geschichte war. Alles in Ordnung? Gruppe 3 ist noch nicht da. Also Gruppe 2 dann selbstverständlich auch nicht. Ja, genau. So, hier haben wir noch die ganzen 9. Ja. Ja, schön, wenn die sich einfach hochleveln könnten. Entschuldigung, jetzt gehen wir uns zu einem Duell heraus. Auf wen wettest du? Der Schüler. Der Schüler, ja. Das ist hier. In der Zunstach abgeben. Okay, das Übliche. So, sieht alles ganz toll aus hier. Genau, ein bisschen Geld brauchen wir, dass wir dann mal andere Sachen bauen können. Okay, Zweifelinfektion. Äh, Händler. Hatten wir das Vergnügen schon? Oder bist du wieder neu da? Nee, wir hatten das Vergnügen. Alles klar. Gut. Dann gehen wir wieder weiter auf Mission. Ein Auftrag. Ja, einen Auftrag können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Was ist das nochmal? Lachpilze. Klingt ja nicht sehr interessant. Ja, würde ich gerne machen. Schafft mir leider noch nicht. Rettet den Jungen. Ja, dann retten wir den Jungen. Ja, dann. Lass uns den Jungen mal retten. Rankenfalle. Es ist Zeit, unser Wissen zu testen. Seid ihr von der Akademie? Ja, sind wir. Wir kommen, dich zu retten. Oh, danke. Aber bitte finde dieses, dieses Mineral, bevor wir abhauen. Die sind sehr wichtig für mich. Gut. Auf geht's. Such nach dem Mineral und gehe dann sofort zum Portal, um zu entkommen. Ah, kommt ab und zu mal so ein Ork entgegen. Okay. Ah, jetzt habe ich die Kabel salatiert. Das ist nicht okay. So. Gut. Haben wir. Oh, so ein paar mehr Orks unterwegs. Das ist schön. Das ist auch mal was anderes denn hier. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Pläne. Wäre auch nett. Hier sind sie. Das sind die Mineralien. Und jetzt schnell zum Portal. Naja, ganz so schnell wollen wir das jetzt nicht machen. Wir wollen ja erstmal, na, EP. EP ist das Wichtigste. Das ist wirklich das A und O mit den EP. Huch. Ha. Ha. Haare aus. Hä? Okay. Oh, ein bisschen Schrott. Immer her damit. Ach so, der hat es auch schon wieder hinter sich. Na ja, super. Also, ehrlich gesagt, wäre es jetzt besser, wenn die noch einen Ticken stärker wären. Muss ich ehrlich sagen. Mal, weil es schon Spaß ist gegen die, aber, weil es mal auch andere sind. Aber die könnten ruhig so ein bisschen mehr Power gerade haben. Äh, ist das hier das Portal? Ja, ja, los jetzt. Ja, raus hier. Ja, danke. Gehen wir einfach mal davon aus, dass jetzt keiner mehr übrig ist. Ich wollte jetzt auch nicht mehr zurücklaufen. Oh, da ist auch immer noch einmal Geld. Oh, da ist auch noch einmal Geld. Dann kommen wir einmal schnell aufs Protest. So, einmal hin, Geld und Schrott. So, und auf Wiedersehen. Ganz easy. Oh, ich habe tatsächlich einen Plan. Trollzorn. Cool. Trollzorn. So, erledigt. Ach so, das sind die Dinger jetzt. Ah, perfekt. Ah, nein, nein, hat die Akademie verlassen. Sehr schön. Trollzorn. Das würde ich jetzt einfach gerne wissen. Ähm, Inventarbränden. Herstellung. Trollzorn. Da ist er. Ist das ein Magierstab? Ne, Paladin. Zwei Hände. Der leckt mich am Arsch. Entschuldigung. Hoppala. Äh, ja. Trollzorn, also der macht 300 bis 330. Der ist auch für Paladin, ne? Der ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber dafür brauchen wir auch einiges mehr an Spott. Äh, äh, gut. Ähm, Schüler upgraden. Skills. Skills kannst du nicht. Du könntest aufsteigen, wenn du willst, aber Skills kannst du nicht. Du hast die direkt schon aufsteigen lassen? Ja, ne? Ich glaube, das andere bringt nichts, wenn ich sie... Ne, ich glaube, das bringt mir auch nichts. Ähm. Ja, machen wir einen Ritter aus dir. Ich glaube, so machen wir das am besten, ja. Die ganzen Lehrlinge direkt auf 10 los. Also die, die alten zumindest. Weil bis 16 kann der ja nichts... Also, ne, 16 reicht der nicht. Also ist das ja dann dementsprechend in Ordnung. Und Vince hier genauso. Guck mal, da können jetzt Medica werden. Später gibt's noch ein Gelehrter, äh, Gelehrter, aber Medica. Dann kann er erst einen auf Heiler machen. Dann bringen wir einen Heiler zum Abschluss. Finde ich auch gut. Das sieht nicht schlecht aus, irgendwie, mit der Robe. So, wenn wir gleich schon dabei sind. Ähm, ja, Gleichmut. Sehr schön. Da auf 7 und 17. Ah, guck mal, ja, nachher noch 25. Ja, krass. Heilige Nova. Wiederherstellung von 50% der Gruppen-HP und 5 Sekunden langen Regulationen von 10% der Gruppen-HP je Sekunde. Schade. Ich dachte, da würde wenigstens noch Schaden machen, so wie wir uns aus anderen Spielen kennen, wie, äh, World of Warcraft zum Beispiel, ne? Und belebt einen Gefahren und vermuteln wir. Das ist geil. Ja, das ist geil. Das wollen wir auf jeden Fall haben. So, was haben wir hier? Irgendwas mit Int. Ne. Machen wir uns so. Ach, das ist so. Ist ja nicht so wichtig jetzt. Ähm. So, Moment. Äh, Gruppe 2 brauchst du. Ausrüstung. Ja, nun so das Enter-Säbel halt. Du bist, du bist auch Gruppe 2. Du hast schon Enter-Säbel drinne. Äh, Skills. Äh, Skills. Ja, man könnte es mal aufs Fünften probieren. Ja, stimmt schon. Ja, komm. Ne, dann. Ja, das habe ich tatsächlich gerade wieder, ja. Stimmt. Mit Fünften. Ja. So, jetzt mein Fehler mit den anderen. Ach, ist doch. Ja, egal. Gut. Hauptsache, sie kommen ein bisschen voran. Das ist eigentlich das Wichtigste. So, Auftrag verlorene Kinder. Nein. So, Gruppe 2. Ja, ich würde immer gerne wissen, was ist besser, wenn sie unterwegs sind und dann was holen. So, diesen Auftragkram. Aber warum sollen sie acht Wochen weg sein? Das verstehe ich nicht so, weißt du. Ja, Auftrag, Auftrag. Da, da würden die Aufträge besser. Ja. Das ist ja kein Auftrag da. Okay, dann mische ich die Korruption. Naja, komm. Geht einfach hin. Versucht euer Bestes. Experiment. Achso, die vierte Gruppe haben wir noch gar nicht festgelegt. Gruppe verwalten. Wenn wir noch drei Gruppen haben. Ja. Achso, ich darf vielleicht noch drei haben. Cool. Irgendwie, irgendwie cool. Aufgaben. Was gibt's denn hier? Ah, wollen wir Medica haben. Yes. Sehr schön. Gut. Dann, ja, wir laufen einfach ganz normal weiter. Und da würden wir uns jetzt hoch. Blauen Monster würde ich ja gerne jetzt machen. Geht noch nicht. So, Trankerfindung. Ah, das ist eigentlich so ein Quatsch. Aber gut, gehen wir da mal hin. Samme Zutaten für den Trank. XP aus Kampf. 39 Prozent. Also eigentlich sollte das ja mal so richtig... Lockerflockig schnell hochgehen, aber das tut's leider nicht so. Aber die... Die Hördi sind, das mehr brauchen sie ja, ne? Ich brauche für einen neuen Trank... Essenz aus den menschenfressenden Pflanzen, die... ...einige Schüler vergiftet hat. Hilf mir, die Zutaten zu suchen. Ja, okay, der... Ölip gar nichts hier. Grünes Kraut, mhm. Schmeiß von oben was drunter. Auch nicht gut. Oh, Vogel ist sehr schnell... ...kaputt. Also ich bin immer nach wie vor davon überzeugt, alles immer zu looten. Ist mein Tipp, aber... Wenn ich ehrlich bin, ich hab... Ich hab irgendwann keine Lust, mal das zu machen. Also wenn... Wenn gerade Monster und so in der Nähe ist, ist das alles kein Problem, wenn man da direkt drauf zuläuft. Aber jetzt will ich nicht extra... ...ja, alles umrunden. Deswegen... Wie ich auch schon im letzten Video sagte... ...ja, gehen wir einfach jetzt so rum und... ...killen einfach alles schnell zusammen. Ja, dann hat sich das erledigt. Also wenn du dann... Na ja, sag schon. Die ganzen Schrott und sowas brauchst. Also man sieht ja, wie viel man braucht. Es ist wirklich mein Vorteil, jedes Mal immer alles hier zu zerstören, alles anzugucken. Ja, guck mal, Geld gibt's ja auch... Geld gibt's ja auch noch nebenbei. Das ist ja nicht das Problem. Ne, aber... ...andersrumm, du kannst das auch einfach immer mit dem Händler alles dir holen. Das ist auch nicht so weit bewegend. Da ist das Portal schon mal. Da ist die Pflanze. Da oben ist eine. Ich glaube, es ist noch eine. Okay, äh, die droppen auch nicht immer. Ich wundere mich nämlich schon. Ich meine auch, das waren nämlich schon mehr als fünf. Oh, Tigrit bekommen. Na, das ist aber mal ganz was Neues. So, ähm... Ich muss jetzt wirklich auf die andere Seite rüber. Rezept Tyrann. Oh, schön, den Tyrann. Oh, ja, das ist ein toller... Oh, da ist eine Feder. Mist. Dankeschön. Nam. Ja, okay, na, da haben sie den... Ja, Nam, ich will den hier hinbekommen. Dankeschön. Bringt die Sachen zu mir, bitte. Also wir müssen auf jeden Fall einmal runter die Feder da holen. Und ich will wissen, was das ist. Oh, Rezept Spalter. Ja, super. Das Gute ist, bevor wir zum Portal gehen, da einmal runter. Definitiv. Also da hinten noch hin. Oh, ich finde sie echt gut, wenn ihr... Wenn ihr Rezepte droppt. Dämmerklinge. Lila. Nice. Krass. Einfach mal so, Dämmerklinge. Mhm, läuft. Was auch immer die jetzt ist. Ich, da bin ich mal sehr gespannt. Kann man... Na, natürlich kann man so nicht rum. Na, alles klar. Also wenn die so gut in Drop-Laune sind, ne, kein Problem. Wir hauen euch mal ganz schnell um. Ganz easy. Grünes Fraut. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, hier noch was einmal. Ja, also auf die Menschenfresser ist jetzt kein Verlass, weil die ja nur auf Kraut sind gerade. Ach, hier geht's nicht runter. Oh. Verfahren. So ein Mist. So, jetzt bin ich noch gespannt, was die Fehler ist. Hoffentlich noch irgendwie so'n, so'n... Ähm, na, sag schon. Ja, ein Plan-Rezept, das wär echt super. So, jetzt bin ich noch mal so aus und um, ja, ne? Ja, perfekt so. Einmal schnell... Wo war das jetzt hier, Ecke? Ja. Zwillings-Schlitzer. Cool. Ja, also echt gut. Gänder-Klinge. Das ist ein Dolch, würde ich mal jetzt schätzen. Und zwei, zwei Pläne. Jetzt haben wir auch Plan für Tyrannen. Und das ist ne schöne Waffe. Schöner Dolch. Echt nett, so. Jetzt ist bestimmt ein Händler jetzt wieder hier, oder? Ja, das werden wir gleich erfahren. Ah, König ist begehren für Zeitraum 1 vom dritten Jahr. Wie der König Jahr von weiterhin haben, momentan Bedarf an frischen Absolventen aller Akademien. An so vielen wie möglich. Jüngst Entwicklung bei der Infrastruktur des Reiches erfreundlich sind talentierte Rekruten. Wir hoffen stark, dass die Akademie Leonhard fähig ist, uns mit dem zu besorgen, was wir brauchen. Solltest du diese Schule zum Abschluss bringen, bevor das Semester endet, wird der König hier rat die Akademie übriger als sonst belohnen. Neue Schüler, ich kann sie nicht aufnehmen. Händler ist eingetroffen. Ich würde ja gerne... Was passiert, wenn ich jetzt Ja drücke? Wirklich von der... Ne, ich will nicht ablehnen. Annehmen. Einschreiben, ja. Ich kann nicht mehr reutieren, weil die Anzahl voll ist. Mal gucken, ob wir gleich was bauen können. Ja, ja, so. Wir kennen dich ja schon. Was hast du diesmal? Erstmal alles mit dem Schrott. Natur ist hier ins Tigrit. So, Messer und sowas, das brauchen wir alles nicht. Gürtel der Ehre. Stille Behandlung. Hackenschütze nachher. Chance auf drei Sekunden lange Verringerung der gegnerischen Einglöse. Nicht über einen Treffer. Netz schon, aber nö. Sonst der Rest interessiert nicht. Schlafsaal. Ja, gut. Gut, dann brauche ich jetzt hier nochmal zwei hin. So, annehmen. Ich meine, die leveln ja auch nochmal außerhalb so ein bisschen. Also hier, wenn sie hier irgendwie sind und rumlaufen. Gut, was geht hier? Ja, immer Heldenpumpen. Äh, so. Schüler. Verwalten. Ausrüstung. Immerklingeln. Nee. Nee. Ach. Auch nicht. Also der Schurkel. Da ist die Dämmeklinge. 250 Angriff. Ja, holler die Waldfee. Schön. Cool, cool. Jawohl. Dann wollen wir mal. Tankerfindung 2. Oh. Es wird besser. Schön. Gleich hin. Der Trank hat nicht so gut gewerkt. Einige Zutaten waren wohl nicht stark genug. Ich brauche die Essenz vom Boss der menschenfressenden Pflanzen. Nehmt euch aber vor den anderen Monstern in der Gegend hier in Acht. Ja, nein. Ja. Machen wir mal alles platt, wie immer. Ja, gut. Das machen wir schon alles alleine. Oh, kann man da hin? Ist das was? Nee. 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 Die werden mal einfach mal so niedergemetzelt. Ah, feine Sache. Also ich will gleich echt mal aus Protest probieren, ob wir diesen, ob wir den Level 4er schaffen. Den 4 Sterne. Das würde mich ja echt noch interessieren. Jetzt so langsam ist es langweilig. Rezept Kriegshammer. Auch gut. So, da haben wir nichts. Oh, ganz viele Menschen fressen. Menschen fressen mit Pflanzen. Danke für eure Hilfe. Ich werde den Trank so schnell wie möglich herstellen. Ja, ja, ja. Erstmal wollen wir jetzt alles platthauen hier. Ach, das war's schon. Oder gibt's da noch was? Nö. Sie... Oh, ne? Ah, kann man doch noch hier? Nö, das war's auch schon. Gut. Erledigt. Easy. Ganz schnell. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Level 3, Level 5, Level 2. Das wird noch schön. So, Mission. Eigentlich können wir auch in der Geschichte mal langsam fortfahren, würde ich sagen. Hack'n' Slash. Oh. Hack'n' Slash. Erprobt eure Skills an Monstern. Aha. Der Herr des Eisrings. Sechs Wochen. Auftrag. Achso. Besiegt einige von uns in der Höhle. Na komm. Gucken wir uns den Arm an, dass wir jetzt wissen. Na, wir haben hier Leben, mehr MP und der ganze Kram. Also es ist echt schön, was es hier alles gibt. So, finden wir frei, die Geise her. In Ordnung, Leute. Wir sind hier, um einen kleinen Jungen zu retten. Und während wir dabei sind, sollten wir das blaue Monster auskundschaften. Sollen wir? Ja, so. Aha. Mitnehmen. Aber wenn hier tausend und zwei Fässer sind. Nehmen wir die auch nochmal schnell mit. Das ist nun zum Glück, das ist nicht so viel Zeit im Anspruch, wo wir jetzt eh hier lang müssen. Da geht's schon los. Ja. Ich weiß ja nicht, was der Heider macht. Also, es steht fest, dass wir das noch nicht schaffen. Krass. Also, Schufe 4 ist immer noch übel. Na ja, war aber zwei Wochen umsonst umgelegt. So. Und dann wollen wir mal loslegen. Das Gute ist, die läuft ja nicht weg. Dann machen wir jetzt mal die Hauptquest. Drei Sterne. Dann kommen wir aus dem Labyrinth. Gibt gut Punkte. Dann lassen wir uns mal rein da. 45 für T, äh, 45 XP auskampf. Plus. 45 Prozent, ja. Gut. Prüfung von Valtria 2. Willkommen zur zweiten Prüfung. Diesmal werdet ihr zum grünen Hof reisen. Ihr werdet am Labyrinth vorbeikommen, also seid vorsichtig, ihr Schüler. Viele Leute sind dort verschwunden. Ihr werdet vielleicht auch verloren gehen, wenn ihr eure Umgebung nicht so sorgfältig im Auge behaltet. Esmeralda wird euch am Ende der Prüfung begrüßen. Viel Glück. Okay. 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 Ja, das ist einfach hier. Hier ist nur der Kunden. Alles klar. Okay, das, ähm, ja. Rezept Steinschloss. Schön. Rezepte fliegen hier wieder. Das ist schön, schön, schön. Nicht sehr gut. Okay. Okay, Sackgasse. Naja, soll ja auch ein Labyrinth sein, ne. Also mit so einem Laserschwert, ne, ist das echt easy hier. Äh, die geht. Das Gute ist, man ist immer dann richtig, wenn Monster da sind. Meiner Meinung nach. Ja, Monster, die brauchen wir. Die sind echt am wichtigsten. So, jetzt, ähm, ehrlich gesagt aufpassen, nicht, dass wir wirklich rauskommen. Weil sonst verliebt man die anderen Monster hier, weil, ne, man möchte ja doch gerne die ganzen Punkte mit haben. Hm? Ganz glänzende Muschelgürtel. Ich habe gerade erst Menschengürtel gesehen, gelesen, aber, ja. Im zweiten Glück war es dann doch lieber eher so ein Muschelgürtel. Der hört sich auch besser an. Oh, ich glaube, der Weg wäre interessant. Ja, interessant für eine Falle, ja. Hm? Und irgendwie läuft da hinten einer irgendwo rum von uns. Auch gut. Der hängt irgendwie fest. Und das ist der Schurke. Hm. Wo klebst du denn da rum? Aha. War schön, dass jetzt langsam das Tigrit getroppt wird. Finde ich auch gut. Das Beste, ja, jeder Drop ist brauchbar, ne, weil wir brauchen ja eigentlich immer in der Regel alles. So, wie in der Sackgasse? Super. Also gleich, ähm... Ich glaube, ich glaube nicht nur gleich, ich glaube, wir haben den richtigen Weg jetzt. Äh, wir sind jetzt wohl alles abgegangen, abgelaufen, was optional war. Würde ich jetzt mal meinen. Doch, dann machen wir uns mal auf. Okay, zum Ende. Ah, die Level-Ups kommen. Das finde ich gut. Da ist das Portal. Mist. Lassen wir mal schnell hier den Rest wegrollen. Ja, sehr schön. Wir leveln ab. Das finde ich gut, ja. Also wir müssen immer mindestens in diesen Dreiern rumlaufen. Alles andere bringt nichts. Weil, guck mal, hier leveln sie richtig hoch. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Aber gut, ich kann auch leider nichts machen, wenn da halt die... die ganzen schwachen Missionen da sind. Vielleicht ist es aber auch gewollt, dass man die macht, um... mit den kleineren... Ähm... Ja. Und dass man die trainieren kann. Weiß ich nicht, ob das der... Hintergrundgedanke da hinterher ist. Weil ich habe dieses Spiel ja auch noch nie... Oh! Epische Waffe. Ser- 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 ausgehen jetzt mal. Da oben. Da, süße, Glück gehabt. Willkommen am Grünhof, Schüler. Wie ich sehe, hat euch der Wald durchgelassen. Er ist immer gut zu eifrigen Schülern. Ja, gut, wir sind in der Höhle. Hier ist nichts mit Wald, aber... Tolle Story. Ja, das war so einfach. Ja, klar, war das einfach. So, Auftrag erfolgreich, sehr schön. Auch erfolgreich. Fahrende Händler ist eingetroffen. Die ganzen Schüler kommen gerade wieder. So, erstmal Schrott. Naturistanz, Tigrit, wie immer. So, Zwilling-Schlitzer. Na, der ist nicht so Terra-A-reif. Maximoff, nö. Revolver, Starkzorn, Ohrringe. Nö, nö, nö. Alles klar. Vielen Dank. Jetzt sind da alle Schüler wieder da. Du bist bald 13, das finde ich... äh, bald 15, das finde ich gut. Ähm... Ja. Ich bin hier, um Hilfe. Du wirst es nicht regretten. Ja. End auf jeden Fall, klar, logisch. Ja, so. Du kriegst mal so richtig nochmal physischen Schaden rein. Und du kriegst auf jeden Fall nochmal vor seinen Schaden um 10%. Das kannst du, damit kannst du eh nichts anfangen. Aber mehr Schaden ist auf jeden Fall wunderbar. Ähm... Hier. Da. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir eine starke Waffe. Ist zwar jetzt kein Laserschwert mehr, das stimmt schon, aber... Ja. Cool. Nett. Wirklich nett. So, wir haben hier noch zwei Krieger. Du hast Ender-Säbel. So, du kriegst jetzt einfach mal das Laserschwert. Gut. Dann Missionen wieder mal. Auftrag. Gleich mal euch da reinschicken. Ne, jawohl. Euch da reinschicken. Ah, ihr seid echt nur... Moment, ich sollte mal die... Mit denen sollte ich vielleicht mal spazieren gehen. Könnte helfen. Aber es sind auch nur alles die 15er, ne? Ähm... Ja. Eigentlich wäre es auch nicht verkehrt, wenn... Ja, wenn man die auf 15 bringt und dann einfach zum Abschluss bringt, weißt du? Ich würde mal sagen... Wir gehen mal 8 Wochen lang, lassen wir die mal tun und lassen. Da hinten. Das ist ja echt so ein kleines Ding, aber wenn das fertig ist, ist es schön. So, und dann gehen wir jetzt mal auf Schüler. Ähm... Sortieren... Nach Gruppe. Hier geht's. Hier geht's. Mit dir spiele ich. Du bist in... Du hast Kiris. So. Du hast den Tyrann. Ähm... Du hast... Ja, dann hast du hier den... den Sweating-Schlitzer. Und du hast noch den Adalasser. Wunderbare Sache. Äh... So, Mission. Dann schicken wir wie immer... so zweimal los. Die werden's schon regeln. So, und wir haben hier so Stufe 1-Dinger irgendwo. Irgendwo waren Aufträge mit Stufe 1. Abnormale Pflanzen. Find ich hier die Pflanzen. Gut. Gruppe 3. Los. Sollte der eigentlich so ruckzuck gehen mit denen? Wow. Schaut euch all diese Pflanzen an. Was sind das für welche? Wir nennen sie menschenfressende Pflanzen. Sie können sich nicht bewegen, aber sie greifen an, wenn du ihnen zu nah kommst. Es ist sehr... Es ist sehr gefährlich für uns Bauern, uns... hier unsere Felder zu bestellen. Bitte helft uns. Keine Sorge, machen wir. Gut. Dann mal los. Okay, ist ein ziemlich kleines Gebiet, wie es aussieht. Geht denn mal ganz schnell. Ein Expo. Oh, man kriegt sogar bei den kleinen Dingern gute Sachen. Wäre weniger. Oh, toll. Naja. Na, ihr seid noch so ein bisschen auf den Gehlen, aber das ist auch völlig okay. Mal, jetzt regeln wir das Level-Ups hier. Und Granthana halten. Auch gut. Achso, man soll Menschenfressende Pflanzen eigentlich besiegt haben. So. Ich glaube, das waren alle in der Gegend. Vielen Dank. Nun können wir mit den Pflanzen der Felder beginnen. Überhaupt kein Problem. Alles Gute. Ja, erstmal machen wir noch den Rest hier platt. Wir wollen ja ein paar EP haben. Kriegshammer. Auch gut. Ah, ihr seid echt noch gut auf Verfehlen. Dann müsste das jetzt der Letzte sein hier. Erledigt. Wunderbar. Dann runter zum Teleporter. Perfekt. Dann können wir ein paar von den Stufe 1ern oder so machen. Eventuell vielleicht auch Stufe 2. Mal sehen. Aber mit denen bringt das halt einfach mehr zu machen. Zack, hoch. Fertig. Neue Schüler wollen beitreten. Ja, super. Ich würde sagen, dann misten wir erstmal die ganzen Stufe 15er aus. Damit wir dann nicht mal in alle Ruhe mit den Stufe 20ern fortfahren können. Das wäre jetzt so meine Taktik. Aber wir können das Falsche anklicken. Einrichtung. So, jetzt haben wir Park. Was nicht geht. Gewächshaus. Geht jetzt auch nicht mehr. Oh. Weil wir das Mittlere in Anspruch genommen haben. Ah, nein. Krankenstube brauchen wir. Das ist so. Aber wir können da sonst ein Gehöft dafür wegnehmen. Oder die Windmühle. Ich muss mal gucken. Windmühle Gehöft. Ne, Windmühle kann auf so einen kleinen hin. Das ist kein Problem. Also dann eher so ein Gehöft wegnehmen. Oh, eigentlich will ich das ja nicht. Gehöft abreißen. Gewächshaus. Aber das gibt dann halt viel, viel mehr Geld. Ja, dann können wir beim nächsten Mal das andere Gewächshaus dann auch mal wegschmeißen. Und so weiter. Gut. Na? Mission. So, das ist langsam weggegangen. Zwei. Stufe zwei. Die war doch noch irgendwo Hackensflash. Genau. Gut. Gucken wir uns einmal Hackensflash an. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so eine Standardmission ist, die die ganze Zeit bleibt. So wie die anderen, die wir da schon kennengelernt haben. Obwohl, ne? Wenn du wirklich leveln willst, kannst du immer in diese Dinge reingehen. Das geht auch. Bitte testet diese Waffe für mich, gehen wir zur Höhle, sollen wir? Ja, dann sagen wir mal. Gut, kaputt. Ah, dann machen wir mal doch ganz easy hier durch. Ich bin schön. Na? So, geht doch. Da ist das Portal schon mal. Ah, das kommt doch gut voran hier. Finde ich sehr schön. Oh, ein Spalter gibt's auch noch oben drauf. Wunderbar. Siehst du, schon wieder sieben. Ruck zuck geht das hier. Oh, da sind noch ein paar. Bam. Oh Gott, hat er das gesagt? Oder habe ich mir wissen? Ich hab's mal gehört. Diese Waffe ist ziemlich wuchtig. Ja, also wenn sowas kommt, wird's wahrscheinlich sich nochmal ein bisschen wiederholen, denke ich mal. Sehen wir ja dann. So. Achso, habt ihr schon erledigt. Gut. Easy. Easy, easy. Pass. Pass. Aber keine Rezepte, ne? Gut, erledigt. Hackenstash war das. Fahnehände hat verlassen. Auf der nächsten Mission gibt's hier Hackenstash 2. Ne, Klassendekoration. Es kommt hier Eve zum Blumen pflücken. Na, dann mal los. Hier ist eine Notiz von Lady Eve. Wenn ihr das siehst, heißt das, dass ich im Wald verloren bin. Wollt ihr nach mir suchen? Ja. Oh, bei den Bären sollten wir vielleicht aufpassen. Alles klar. Nehmen wir Defensive. Sehr schön. Hier liegen Sachen rum. Aromapilz. Okay. Kommen wir da weiter? Sackgasse? Ja, natürlich. So, laufen wir schnell hier. Okay. Hier ist es wirklich einfach nur eine große Sackgasse. Ah, da steht sie ja auch schon. So, Aromapilz sammeln. Endlich, ihr habt mich gefunden. Ich hab Aromapilze gepflückt. Ihr doch sollt die Bibliothek erfrischen. Ich wusste, dass ich verloren gehe, also liest ich eine Nachricht für meine Retter zurück. Gehen wir zurück zur Akademie. Ja, Pilze haben wir ja schon mal. Find ich gut, dass die Bären auch ein bisschen Widerstand leisten hier. Ja, Maximoff. Cool. Haben wir zwar schon, aber macht ja nichts. Trotzdem aber schön, wenn wir was fallen lassen. Verkünder. So, das ist alles, was wir brauchen. Danke, Schüler. Mist. Hätten wir nochmal schnell den paar Bären umhauen können. Naja, gut. So, jetzt sind sie alle Level 10. Neue Einladung. Sieben Wochen. Also ich würde jetzt sagen... Ganz genau. Sieben Wochen. Also... Wir versuchen noch ein, zwei Missionen mit denen. Und bringen sie dann zum Abschluss, wäre es meine Idee. Aber das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Ist ja schon wieder lang genug. Ich danke fürs Zuschauen. Ich weiß, ja... Wie mir das geht. Und es ist spannend, aber... Ich würde ja auch gerne einfach so ein Haar für diese Mission machen. Aber könnte ja sein, dass da wirklich so... Ne? Ein paar Tolle bei sind oder so. Man weiß das vorher nicht. Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Auf geht's.